Emmerich am Rhein Emmerich am Rhein ist eine unmittelbar an der niederländischen Grenze gelegene deutsche kleine Mittelstadt am Niederrhein im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Nachbarorte sind Kalkar, Ries sowie Kleve auf deutscher und safe nahe, Montferland und Aude Esselstreek, alle Provinzelderland, auf niederländischer Seite. Hintergrund Die erste urkundliche Nennung unter dem Namen Villa Embritzi ist aus dem Jahr 828 überliefert. 1040 erfolgte der Bau der Stiftskirche Sankt Martini. Am 31. Mai 1233 wurde Emmerich zur Stadt erhoben. Zwischen 1307 und 1570 stand Emmerich in enger Verbindung zur Hanse. Handel und Handwerk blühten. Seit dem 14. Jahrhundert war Emmerich von Mauern umgeben und mit Toren gesichert. Die Aldegundeskirche stammt aus dem 15. Jahrhundert. Emmerich erlebte bis zum 16. Jahrhundert seine Blütezeit und wurde wegen seiner weltlichen und kirchlichen Bauten Embrica Decora gleichprächtiges Emmerich, genannt. Der Niedergang Emmerichs begann 1672 mit der Besetzung der Stadt durch französische Truppen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erreichte die Dampfschifffahrt ihren Höhepunkt und verlieh dem Emmericher Hafen große Bedeutung. 1856 wurde die Eisenbahnstrecke Oberhausen-Arlheim eröffnet. Während des Zweiten Weltkrieges wurde Emmerich am 7. Oktober 1944 zu 91 Prozent durch einen britischen Luftangriff zerstört. 1965 konnte das letzte Teilstück der Autobahn-Holland-Linie zwischen Emmerich und Hamminkeln eröffnet werden. Ebenfalls 1965 wurde die Rheinbrücke Emmerich eröffnet. 1966 wurde die Bahnlinie Hollandstrecke elektrifiziert. Seit dem 1. Dezember 2001 heißt die Stadt Emmerich am Rhein, vorher war der Name Emmerich. Emmerich am Rhein besteht aus zehn Ortsteilen, und Mit dem Flugzeug die nächstgelegenen Flughäfen befinden sich in Wetze, ATA-Code, NAN, 37 Kilometer entfernt, Düsseldorf, DOS, 95 Kilometer, Eindhoven, NL, 1, 120 Kilometer, Dortmund, DTM, 125 Kilometer, und Amsterdams Repol, NL, EMS, 136 Kilometer. In Emmerich befindet sich das Ansprechpartner für Landungen auf der 1000 Meter langen Graspieste in den Rheinwiesen des Naturschutzgebiets Dorniksche Wart ist der Aeroclub Emmerich. Mit der Bahn Während der 2014 modernisierte Hausbahnsteig, Gleis 1 und 2, ohne Hindernisse zu erreichen ist, ist der Mittelbahnsteig, Gleis 3 und 4, nur über eine aufzuglose Unterführung mit Treppen zu erreichen oder zu verlassen. Die Deutsche Bahn verschiebt die für 2015 angekündigte Modernisierung von einem Jahr zum nächsten. Bei Fragen wenden Sie sich an die 3S Zentrale Duisburg, Telefonnummer plus 49, 203, 30171055. Bahnhofsinfos, aktueller Ankunftsfahrplan, aktueller Abfahrtsfahrplan. Reiseplanung, mit Bahn und Bus, Anreise, Abreise. Der nur einen Kilometer vom Stadtkern entfernte Bahnhof Emmerich liegt an der Umsteigen vom ICE- bzw. Fernzug in den Regionalexpress Rhein-Issel-Express, Re 19, nach Emmerich können Reisende aus Deutschland am Hauptbahnhof Duisburg und Reisende aus den Niederlanden am Bahnhof Arnhemm-Zentral. Mit dem Bus Die nächstgelegene Fernbus-Haltestelle befindet sich am Autohof in Isselburg-Helden, B67-A Dritter in Helden Inhalten Busse der Fernbus-Linie 68, Bayreuth, Amsterdam, der MFB-Mainfernbus GmbH. Fahrkarten gibt es ohne Aufpreis beim Reisezentrum im Bahnhof. Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, VRR, bildet Emmerich das Tarifgebiet 71. Per Bus kann man Emmerich aus Nemwegen, NL, und Kleve, Linie SB 58, aus Reis, Linie 88, und aus den niederländischen Orten S-Herenberg, Linie 91, und Seyfener, Linien 566, erreichen. Für die grenzüberschreitenden Linien gelten sowohl deutsche als auch niederländische Fahrausweise. Fahrplan aus Kunst VRR Auf der Straße Emmerich liegt an der Autobahn-Holland-Linie, A3 E35, Oberhausen, Arnheim. Drei Abfahrten der A3 liegen auf Emmericher Stadtgebiet, und Die Bundesstraßen B8 und B220 führen ebenfalls nach Emmerich. Aus den Niederlanden gelangt man über der A12, E35, zur deutsch-niederländischen Grenze bei Emmerich. Auch die niederländischen Provinzialstraßen N316 und N827 führen zur deutsch-niederländischen Grenze bei Emmerich. Reiseplanung, mit dem Auto, Anreise, Abreise Mit dem Schiff Emmerich liegt unmittelbar am rechten Rheinufer. An der Emmericher Rheinpromenade befinden sich drei Steiger, Stadtsteiger am Pegelhäuschen, Eureka-Steiger am Krantor und Viking-Steiger an der Martinikirche. Dort können sowohl Ausflugsschiffe als auch Rheinkreuzfahrtschiffe anlegen. In der Sommersaison, Mai bis September, fährt das Fahrgastschiff Stadtres der Riederei Rieser Personenschifffahrt den Stadtsteiger am Pegelhäuschen in Emmerich mittwochs im Liniendienst an, Fahrplan. In den Sommerferien fährt das Fahrgastschiff Germania der Riederei Rieser Personenschifffahrt den Steiger am Krantor in Emmerich donnerstags im Liniendienst an, Fahrplan. Reisende mit eigenem Boot können talwärts hinter der Emmericher Rheinbrücke bei Rheinkilometer das Hütumer Meer ansteuern, wo der Yachthafen Emmerich und der Emmericher Yachtclub ihre Dienste anbieten. Für Kurzbesuche steht der Jachtsteiger in zur Verfügung. Mit dem Fahrrad Emmerich liegt rechtsrheinisch an den Radfernwegen Rheinradweg, DT, Rheinradweg-NDL, Rhein-Valz-Route, Radroutenplaner Nordrhein-Westfalen, D-Netz-Route 8, Rhein-Delta-Route, Niederrhein-Route, Radroutenplaner Nordrhein-Westfalen und Pragroute Europa-Valz-Sers. Auch die grenzüberschreitenden regionalen Radwege Kulturroute an Lippe und Esel und Eurobike-Route West führen nach Emmerich. Reiseplanung, mit dem Fahrrad, Anreise, Abreise Rheinradweg, Abschnitt Niederrhein Rheinrad-Wanderkarte Band 5, LePorello Rheinradweg 5 Köln, Rotterdam, 1.50.000, 2. Auflage, Public Press, Gesucke 2017, SBN, 978 3899 20 569 5 Niederrheinroute Die Niederrheinroute Radwanderkarte Maßstab 1 zu 75.000, Kultur, Natur, Erleben Achterauflage, BA, Bielefeld 2016, SBN, 978 3870 73 764 1 Helmut Bauhüs, der Niederrhein und die Niederrheinroute Reiser und Radwanderführer zu Kultur und Natur am Niederrhein 17. Ausgabe, Verlag Helmut Bauhüs, Bochel 2012, SBN, 978 398 1417 821 Wotterbasen, Wimkui, Fietzkitz-Fietzen-Nabrak Mit Radwanderkarten im Maßstab 1 zu 100.000, 4. Auflage, Birola, Schorl 2016, 172 Seiten, SBN, 978 90 6455 798 9 Radtourenbücher und Fahrradkarten sind bei der Touristinformation erhältlich Zu Fuß Emmerich bietet für Jakobsbilder Anschluss an den Weg 4, Nimmwegen, Köln, der Wege der Jakobsbilder im Rheinland Der Hauptwanderweg X1 Arnheim, Lippstadt leitet Fernwanderer ebenfalls nach Emmerich Auch der grenzüberschreitende regionale Wanderweg Klompenweg führt von Arnheim bzw. Duisburg nach Emmerich Reiseplanung, Zu Fuß, Anreise, Abreise LVR Weg 4 online Landschaftsverband Rheinland Deutsche St. Jakobusgesellschaft Herausgeber, Jakobswege Wege der Jakobsbilder im Rheinland Band 4 In 10 Etappen von Nimmwegen über Klever und Xanten nach Köln, mit Anschlüssen von Emmerich und Wesel Köln 2009, SBN, 978 37616 2191 2 Mobilität in Emmerich kann man mit Bus und Bahn mobil sein Die Frequenz ist allerdings wegen der ländlichen Lage oft gering, nur einmal je Stunde oder seltener Im Vorverkauf kann man VRR-Tickets in Emmerich am Bahnhof und am Geistmarkt kaufen Fahrplan Auskunft VRR Für eilige Fahrten bietet sich das einzig verbliebene Emmericher Taxi-Unternehmen an Wer mehr Luxus als ein gemeines Taxi wünscht, kann den örtlichen Limousinen-Service mit Chauffeur für z.B. den Flughafentransfer oder andere Fahrten nutzen Da der Niederrhein recht flach ist, kann man gut ein Fahrrad oder E-Bike mieten und damit mobil sein Autofahrer können verschiedene Tankstellen nutzen Den günstigsten Preis bieten in Emmerich meist die 3N und die Oft noch deutlich günstiger sind die Argosall Tankstellen in Klever und die Tankstelle am Realmarkt in Rees Je nach Zentralität sind die Emmericher Parkplätze kostenlos, parkscheibenpflichtig oder gebührenpflichtig Kostenlos und ohne Höchstparkdauer sind die abgelegeneren Parkplätze Bei Parkscheibenpflicht gibt es je nach Platz eine Höchstparkdauer zwischen 30 und 120 Minuten Gebührenpflichtige Parkplätze kosten 40 Cent je 30 Minuten Die Höchstparkdauer variiert zwischen 1 und 8 Stunden Montag bis Donnerstag nach 17 Uhr, Freitag nach 14 Uhr und am Wochenende ist das Parken mit Ausnahme des Neumarkts frei Verstöße werden aktiv verfolgt und abkassiert Im Amparkring kann man kostenfrei parken, da es derzeit nicht bewirtschaftet wird Bauwerkeliste der Baudenkmäler in Emmerich am Rhein Kirchen Denkmäler und Plastiken Von Thomas Kühnapfel, Agnetenstraße Im Rheinpark Auf der Rheinpromenade In Emmerich wurden 2011-2012 Stolpersteine ausschließlich für jüdische Emmericher Deportierte und Ermordete finanziert An Emmericher Naziopfer, die zum Beispiel Roma, Sozialdemokraten, Kommunisten oder Christen waren, erinnern bisher keine Stolpersteine Leihen Sie sich Fahrräder und finden Sie mit Hilfe des Stolpersteinstadtplans heraus, welche der offiziell 99 Gedenksteine doch nicht verlegt wurden Fragen Sie bei den Initiatoren nach den Gründen In Emmerich wurden 2011-2012 Stolpersteine ausschließlich für jüdische Emmericher Deportierte und Ermordete finanziert An Emmericher Naziopfer, die zum Beispiel Roma, Sozialdemokraten, Kommunisten oder Christen waren, erinnern bisher keine Stolpersteine Leihen Sie sich Fahrräder und finden Sie mit Hilfe des Stolpersteinstadtplans heraus, welche der offiziell 99 Gedenksteine doch nicht verlegt wurden Fragen Sie bei den Initiatoren nach den Gründen Museen Straßen und Plätze Die Rheinpromenade wurde 2004 neu gestaltet Sie ist sehr beliebt bei Tagestouristen wie Einheimischen Im östlichen Teil der Promenade befindet sich die Gastronomie-Meile, wo Gäste ihr Lieblingsrestaurant bzw. Café aus einer Vielzahl von Anbietern wählen können Sobald die Sonne scheint, sind die Plätze der Außengastronomie unter den einheitlich roten Sonnenschirmen sehr begehrt Gegenseitig beobachten können sich die Gastronomie-Besucher und die Flaneure, die die gesamte Länge der Rheinpromenade zwischen Rheinpark und Martinekirche zum Spazieren nutzen Beide Gruppen genießen den Blick auf den Rhein, der hier seine breiteste Stelle erreicht und ruhig in Richtung Nordsee vorbeifließt Teilen müssen sich die Spaziergänger die Promenade mit den Fahrradtouristen, die diese Strecke ebenfalls gerne als Teil verschiedener Fahrradrouten befahren Am westlichen Ende gibt es einen Sandstrand, derzeit unbewirtschaftet, neben dem eine Treppe hinunter zum Wasser führt Gärten und Parks Galerien Aktivitäten Regelmäßig werden verschiedene thematische Stadtführungen angeboten, teils als Erlebnisführung, Kostümierung, Leuchten etc. Gruppen können eine solche Führung mit gastronomischen Angeboten kombinieren Zweieinhalb Stunden inklusive Einweisung dauert die Segwetour von Emmerich bis zum Eltener Campingplatz und zurück über Borkies Bei einem Gastflug in einem doppelsitzigen Segelflugzeug kann man Emmerich von oben kennenlernen Die Flugdauer variiert je nach Thermik Planbar ist die Flugdauer beim ebenfalls möglichen Mitflug in einem zweisitzigen Motorsegler Von Palmers Wort, dem Emmericher Segelfluggelände, können bis zu vier Personen auch morgens oder abends zu einer ca. 60-90-minütigen Ballonfahrt in den niederrheinischen Himmel aufbrechen Sport Regelmäßige Veranstaltungen im Januar-Februar laden verschiedene Emmericher Vereine zu Karnevalssitzungen ein Höhepunkt des Sitzungskarnevals ist die Gag-Gemeinschaftssitzung Am Karnevalssonntag findet traditionell ein Emmerich der dulden Sonntagszug statt Am wird die Emmericher Kneipennacht veranstaltet Vorwiegend entlang der Rheinpromenade gibt es an diesem Abend in neun Emmericher Kneipen Livemusik Gespielt werden überwiegend Coversongs vergangener Jahrzehnte Mit einem Ticket dürfen die Besucher allen Beens lauschen Am und kann man im Rahmen der Kreisklever Kulturtage auch Emmericher Museen und Kultureinrichtungen kostenlos besuchen Von Freitag bis Montag findet die Stadtkirmes auf dem Geistmarkt statt Sie endet mit einem Feuerwerk am Montagabend Die Schüler haben am Montag schulfrei Viele Läden bleiben an diesem Tag geschlossen Am 10 bis 18 Uhr findet der Niederrheinische Radwandertag statt An dem Emmerich sich wie ca. 70 weitere Gemeinden am Niederrhein beteiligt Start und Zielpunkt ist das Infocenter auf der Rheinpromenade Die Teilnahme ist kostenlos Der Emmericher Büchermarkt lockt am 11 bis 18 Uhr die Besucher auf den Rathausvorplatz Am Tag des offenen Denkmals beteiligt sich Emmerich mit zum Jahresmotto passenden Denkmälern Die an diesem Tag für Interessierte geöffnet werden Am, dem Tag der Deutschen Einheit, beteiligt sich die Emmericher Große Moschee am Tag der offenen Moschee Rund um den Martinstag gibt es in den Stadtteilen Martinszüge mit Laternen, Martinslidern, der Mantelteilung und anschließend der Verteilung eines Stutenkerls an die teilnehmenden Kinder Am Samstag vor dem ersten Advent beginnt der Reigen der weihnachtlichen Märkte mit dem Adventsmarkt in Hütum, 16 bis 21 Uhr Am Samstag vor dem zweiten Advent öffnet das Fahrgastschiff Germania am Eureka-Steiger seine Türen, 10 bis 18 Uhr Für Rheinzauber, einen schwimmenden Weihnachtsmarkt an Bord Am zweiten Adventssonntag findet ein Weihnachtsmarkt in der Prasterreithalle, 10 bis 17 Uhr, statt Ein Adventsmarkt findet am dritten Adventssonntag auf dem Aldegundiskirchplatz, 11 bis 19 Uhr, statt Das Rheinmuseum verzichtet an jedem ersten Sonntag im Monat auf den Eintritt und lädt zum Besuch ein Stadtfeste Die Stadtfeste werden von der Emmericher Wirtschaftsförderung und dem Stadtmarketing organisiert Sie sind mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden Verkaufsoffener Sonntag mit Autoshow und Fahrradbörse, für 2020 abgesagt Um den gesetzlichen Vorgaben für verkaufsoffene Sonntage Genüge zu tun, findet seit 2018 parallel eine Drehleiterausstellung auf der Rheinpromenade statt Emmerich im Lichterglanz mit Hansefest und Fest der Kulturen, Juli 2021, mit Feuerwerk am Rhein- und Bühnenprogramm im Rheinpark Stadtfest mit Foodtruck Festival, 18. bis 20. September 2020, im Rheinpark Schützenfeste zum Schützenfest gehören meist ein Festzelt mit Musikkapelle, Tanz und viel Alkohol, ein Umzug in Schützenuniformen durch den Stadtteil, ein katholischer Gottesdienst und das Königsschießen Mit Ausnahme der Borussia Schützen sind alle Vereine Mitglied im, katholischen, buntehistorischen deutschen Schützenbruderschaften FVB HDS St. Georg Schützenbruderschaft Hütum-Bolkes- St. Johannes Schützenbruderschaft 1668 Dornig- St. Johannes Schützenbruderschaft 1786 Prast- Schützengesellschaft Borussia 1848 Emmerich- St. Sebastianus Schützenbruderschaft Bürgerschützenverein 1851 Emmerich- St. Michael Schützenbruderschaft Oberhütum- St. Antonius Schützenbruderschaft 1654 Vrasselt- Einkaufen ein Genuss sind die in Emmerich hergestellten Produkte, Lakritz und Fruchtgummis von Katjes, Kaffee aus der Manufaktur Lensing und Van Gülpen MbH, der ältesten Kaffee-Rösterei Deutschlands, seit 1832, und edle Obstbrände aus der Niederrhein-Bestelle. Schokolade von Lohmann und Spiritosen von Wallfleischhauer und Löwenturfleischhauer wurden früher in Emmerich hergestellt. Sie sind vor Ort immer noch sehr beliebt. Die bekannteste Schokoladensorte von Lohmann ist die Maminou, Mandelmilchnuss-Schokolade. Daneben gab es die Sorten Wiener Melange und Edelbitter. Die Spiritosen von Wallfleischhauer werden heute bei Moosbohr in Kevela, die von Löwenturfleischhauer bei Bot in Goch hergestellt. Dazu gehören der Wallkräuterbitter, die mildwürzige Kräuterspirituose Querschläger, Kumulus und Wall-Löwentur-Kräuterbitter. Diverse inhabergeführte Fachgeschäfte in Emmerich haben sich zur Emmericher Werbegemeinschaft zusammengeschlossen. Diese organisiert gemeinsame Aktionen und tritt als Mitorganisator der Stadtfeste auf. Die Wirtschaftsförderung hat eine Homeshopping-genannte Übersicht über diejenigen Emmericher Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen geschaffen, die Abholservices, Lieferdienste oder Online-Shops offerieren. Mehrere Emmericher Bauernhöfe bieten eine Direktvermarktung ihrer Produkte an. Küche-Gastronomie-Verzeichnis Emmerich und Ortsteile Nicht im Gastronomie-Verzeichnis enthalten Alltagskulturinteressierte, die ein typisches Stück deutscher Arbeitskultur live kennenlernen möchten, können ihr Mittagessen in einer Firmenkantine einnehmen. Die Qualität reicht generell von mäßig bis spitzenmäßig. Probieren macht klug. In Emmerich gibt es drei öffentlich zugängliche Kantinen, in der Cafeteria des Krankenhauses kann man die gleichen Menüs wie Mitarbeiter und Patienten genießen. Bei an der Industriestraße ist die schmucklose Kantine bereits älteren Baujahrs. Die BLG-Kantine stammt aus den 2000er Jahren. Für Reisende, die selbst kochen wollen, bietet sich der Einkauf auf dem Wochenmarkt an. Dieser findet mittwochs und samstags statt. Nach dem Rückzug von Subway ist in Emmerich noch eine Lokalität der sparte Systemgastronomie verblieben. Last not least gibt es auch inhabergeführte Schnelle-Embisse ohne Franchise-Anschluss an eine Kette. Unterkunft Unterkunftsverzeichnis Hotels, Pensionen, Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Privatzimmer in Emmerich können online gebucht werden. Die folgenden Unterkünfte sind nicht im OG-Unterkunftsverzeichnis enthalten. Für Reisemobilisten hat die Stadt Emmerich Stellplätze eingerichtet. Lernen in Emmerich gibt es 15 Kindergärten, davon 9 katholische, 1 evangelische und 5 freie, 2 Kindertagesstädte, 6 Grundschulen, davon 3 katholische und 3 Gemeinschaftsgrundschulen, eine Förderschule, eine sechszügige Gesamtschule und ein Gymnasium. Erwachsenenbildung wird angeboten von der Volkshochschule und zwei kirchlichen Trägern, dem katholischen Haus der Familie und der evangelischen Familienbildungsstädte. Zum Abschnitt Lernen zählt auch die Stadtbibliothek mit ihren rund 30.000 Medien, Bücher, Hörbücher, E-Books, E-Medien, Zeitschriften, DVDs, Spiele, Nintendo DS-Spiele. Arbeiten Arbeitssuchende können sich an die lokale Arbeitsagentur wenden. Stellenanzeigen sind sowohl in den beiden Tageszeitungen mit Lokalteil, Rheinische Post, Neureihenzeitung, als auch in den zwei vor Ort verteilten kostenlosen Anzeigenblättern, Stadtanzeiger, Niederrhein-Nachrichten, zu finden. Mehrere Zeitarbeitsfirmen unterhalten Büros vor Ort. Wer jenseits der Grenze in den Niederlanden arbeiten möchte, bekommt Informationen dazu. ZB zu Steuern und Sozialversicherung, beim Grenzinvorpunkt des Deutsch-Niederländischen Zweckverbands Euregio Rheinwahl. Wer sich freiwillig engagieren möchte und keine Bezahlung erwartet, kann sich vom Freiwilligenzentrum beraten und vermitteln lassen. Sicherheit vor Ort gibt es eine Polizeiwache, eine Wache der Wasserschutzpolizei, ein Hauptzollamt sowie mehrere Standorte der Freiwilligen Feuerwehr. Die zuständigen Kreisleitstellen der Feuerwehr und der Polizei befinden sich in Kleve. Gesundheit in Emmerich gibt es 43 niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten, Arztsuche, 11 Zahnärzte, Zahnarztsuche, sowie ein Krankenhaus. Medizinische Notdienste Praktische Hinweise Geldautomaten der Volksbank gibt es in der Altstadt, Legmeer, Brast und Wrasselt. Automaten der Sparkasse befinden sich in der Altstadt, Legmeer und Spielberg. Die Automaten der Sparkasse sind von Mitternacht bis 6 Uhr nicht zugänglich, Ausnahmen, Kaststrasse und Marie-Curie-Straße. Geldautomaten der Cash Group, Commerzbank, Deutsche Bank, Postbank, finden sich in der Altstadt und in Spielberg. Als Bargeldtransferbanken stehen Western Union sowie Manigrem zur Verfügung. Western Union Agenturen sind in der Bahnagentur am Emmericher Bahnhof, in den Postfilialen am Geistmarkt und in der Frankenstraße, im Kiosk Kouta am Kleinen Löwen und im Reisebüro Aladurka in der Steinstraße zu finden. Manigrem gibt es im Delan Kiosk und in der Bahnagentur am Emmericher Bahnhof. Wer ein Paket versenden will, kann Paketschubs mehrerer Paketdienste, DHL, 14, Hermes, 6, GLS, 3, DPD und UPS, in Emmerich am Rhein nutzen. Neben den üblichen nordrhein-westfälischen Feiertagen bleiben viele Geschäfte am Rosenmontag und am Kermesmontag geschlossen. Kostenpflichtige öffentliche Toiletten gibt es am Parkring und am Martinekirchgang. Gefundene Gegenstände können im Fundbüro abgegeben, verlorene Gegenstände dort gegen Finderlohn gegebenenfalls abgeholt werden. Die Postleitzahl von Emmerich am Rhein ist 46.446. Die Telefonverwahl lautet 02822. Standorte von Postfilialen und Verkaufspunkten. Standorte von Postbriefkästen. Standorte von Packstationen und Paketboxen. Öffentliche Münzfansprecher zum Telefonieren ohne Handy bietet die Deutsche Telekom und andere an den Standorten Alter Markt und Kleiner Löwe. Mobilfunk. Neben den deutschen Mobilfunknetzen sind in Teilen Emmerichs aufgrund der Grenznähe auch niederländische Mobilfunknetze verfügbar. Internetcafés. Neben einem Internetcafé und Trägerschaft der AWO Emmerich gibt es mehrere kommerzielle Internetcafés in der Altstadt. Freifunk. Ausflüge. Für eintägige Ausflüge bieten sich die nahegelegenen Niederlande an. Die nächstgelegenen Großstädte Arnheim und Nimmwegen sind nur 30 bzw. 40 Kilometer entfernt. Von April bis Oktober bietet die Reederei Reeser Personenschifffahrt an 8 Terminentagesfahrten mit dem Fahrgastschiff nach Arnheim, an 15 Terminentagesfahrten nach Nimmwegen und an 29 Terminenfahrten nach Rees an. Zu Wanderungen und Fahrradtouren in der Rheinaue gibt es via Telefon- oder Internet abrufbare Audioguides des Naturschützzentrums im Kreis Kleve. Mit wenigen Stunden Reisezeit via Flughafen WC kann man auf mehrtägigen Ausflügen halb Europa von Emmerich aus erreichen.